Das nächste! Ja, das beste Label haben wir jetzt auf dem Programm. Genau, das beste Label. And the winner is. And the winner is. Das ist immer sehr interessant, finde ich. Label finde ich sehr wichtig. Oh. Oh. Also, das dürfte Mia jetzt wirklich auch ein bisschen was angehen, weil sie war indirekt auch durchaus mal damit konfrontiert. Indirekt, ich war direkt damit konfrontiert. Oder direkt sogar. Meine Lieben, wo seid ihr? Das ist jetzt sehr persönlich. Das beste Label geht an. Eine ganz tolle Firma, für die ich auch zwei Jahre lang arbeiten durfte oder mit denen ich zusammen gearbeitet habe. Sie haben jetzt ein bisschen was umgekrempelt und es ist sehr jung geworden, sehr cool und sehr coole Ideen. Also ich finde es Wahnsinn, was da gerade passiert. Es ist... The winner is... Magmafilm! 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 Vielen Dank für den Preis. Es ist mir eine Ehre. Und ich möchte mich an der Stelle eigentlich bei all den Leuten bedanken, denen wir das zu verdanken haben. Nämlich den Darstellern und Darstellerinnen, die für uns zur Verfügung stehen für diese Produkte, die wir machen, was uns zum besten Label gemacht hat. Vielen Dank! Glückwunsch! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!